hey internet und youtube zurück bei mir bzw was von ihr übrig ist strom aktiviert nun zum shuttle du bist noch immer natürlich shit wohin müssen wir natürlich habe ich nicht aufgepasst flutbare luftreparatur set sehe ich aus wie ein ingeneur ok soweit so gut perfekt ok kann losgehen ah hier so weit so gut es grünt es ist grün alles ist grün mal ein paar buttons hier ok das funktioniert nicht oh shit ok die button kann ich jetzt nicht mehr klicken hier kann ich nichts mehr klicken achso ich muss wartet hinsetzen hinsetzen ist ne gute idee ok sie befinden sich hier ja ok Willkommen in Pathos 2, your expressway to the stars. Was started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Absalon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. And reports to the service. Oh shit! Oh shit! Habe ich schon wieder was kaputt gemacht? Na super! Katharine, ist das du? Ich bin auf meinem Weg, aber dann die Shuttle-Train... Es rief! Bist du gut? Das System sagt, dass die Sektion in der Verkaufung ist, für ein besonderes Hull-Breach. Nein, ich bin nicht gut! Was ist in der Welt passiert? Warum sind wir in der Wasser? Na gut, du bist wirklich aus dem Ort, nicht wahr? Schau, nicht mehr über das jetzt. Ich verstehe, dass du wunderschön bist, aber du bist so nah an Lambda. Wenn du einfach gehen kannst... Wie nah an? Kann ich da gehen? Ja, aber die Tunnel ist verletzt, um zu schützen, um die Strukturen zu verlassen. Was du musst finden, ist die Strukturen zu verlassen. 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 Was ist das? Was ist da passiert? Ich muss gehen. Bis bald, Simon. Katharine? Du bist okay? Ja, das ist doch auch eine Maschine, right? Hm. Okay. Finger reinstecken. Finger reinstecken. Ah! Und! Ich kann... Es geht hier. Wenn dich... Oh, ich weib. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh, das war wohl zu weit. Hier. Exit. Okay. Here we go again. Ah, achso. Okay. Meine Güte, ich dachte schon, was muss ich machen? Was muss ich machen? Alles in Ordnung. Sofern man das in Ordnung nennen kann. Okay, folge den Lampen. Ich kann eine Lampen finden, oder? Ich meine, wirklich. Wie groß das soll sein? Hier ist ein Licht, das ist gut. Die Lichter sind gut. Und dem Weg folgen. Das ist nix. Aha. Sieht gut aus. Glaub ich. Okay, jetzt sitzt ein bisschen... Hier lang. Hier ist ein Boot. Aha! Toll, alles zerstört. Kann man hier hoch? Nee. Oh, shit. Alles wieder so ein Typ. Oh, wie komme ich denn hier vorbein? Oh, wie komme ich denn hier vorbein? Bus! Bus! Sicher? Okay. Lauf, 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 lauf. Sieht gut aus. Soweit zum Thema, sieht gut aus. Folgen in dem Weg. Drüben ist rot, ist nicht gut. Hier ist gut, oder? Na? Nur rot ist es nix. Das muss belaufen. Wir können hier nicht. Das ist doch gemütlich. Komm schon, sag nicht. C ist jetzt drauf gegangen oder was? Jetzt wo ich hier bin. Wo ist er denn? Das ist doch zu ihr, oder? Okay, hier und hier geht's nicht rein. Was zum Top was denn? Ja, dann... Ist er hier drinnen? Mal hier. Ich wusste, sie ist eine Maschine. Fuck! Hey, down hier. No, nicht du, too. Ich war wirklich, dass du ein Mensch warst. Keine Ahnung, ich war ein Mensch. Ich kann es nicht mehr nehmen. Das ist... Alles ist verletzt. Ich gebe es. Es ist nichts left. Calm down. Es ist nicht der Ende des Welt. Du bist sicher? Es ist wie es aussieht. Für alle, ich weiß, keine Ahnung ist, außer mir. Was soll ich sagen? Ich bin hier. Ich sage das nicht falsch. Aber ich habe gesagt, dass ich keine Ahnung ist, außer mir. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, heute Abend? Du bist ein Walken-Talking-Divin-Suit mit einigen Elektronik leften, für gut measure. Ich... Ich bin nicht... Du willst nicht denken, wir müssen denken über es. Ich... 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 Ich will nicht mehr machen, ich will nicht mehr machen. 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 Bevor du etwas hast, kannst du mir helfen mit etwas? Was? Ich habe es versucht, was passiert mit meinem Projekt passiert, als der Brut mich auf den Boden schlägt. Der Projekt? Wie kann es überhaupt nicht sein, wenn du eine dumme Roboter in einem dumme Leben schlägt hast? Okay. Fokus. Ich brauche dich, um mich zu retten, damit ich wieder zurückkehren muss. Dann kannst du so viel wie du möchtest. Du musst schuldigen, oder? Ich glaube, ich habe eine bessere Chance für mich eine Time Machine, als für dich wieder zusammengebracht. Ich brauche nur die Computer zu accessieren. Oh, ist das ein Omni-Tool du bist? Oh, die Tür-Operner? Ich habe es in der Upsalon, wo ich aufgewachsen bin. Das will ich nicht mehr tun. Plug es in die Terminale. Sure, was auch. Wenn die Omni-Tool ist, einfach plug meine Cortex-Cip in die Tool. Was ist ein Cortex-Cip? Es wird sicher sein. Ich werde es für dich. Ich brauche die Chip und schläge es in die Omni-Tool. Das ist so gut. Was ist das? Ich brauche sie zu. Ich brauche euch das machen. Ich brauche es nicht einfach. Ich brauche die Chip und schläge sie in die Omni-Tool. Was ist das Roboter? Ich brauche das ins nelle ÖPN, was mir die Türchen. Äh, Captain? Okay, lass uns das mal probieren. Ja, hab ich gesehen gleich. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Ja, ich war ein kleinesisches Projekt. Aber es wurde sehr schwer, nachdem die Komet aus der Erde kam. Dann wurde es sehr wichtig, und es wurde offiziellt die Ark. Das ist richtig. Wie weit hast du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, diese Version von mir, die ich bin. Es kam von einem Schaden, die ich sehr früh gemacht habe. Die Katrin, die sehr gut haben, konnte das Projekt sehr gut ausführen, und sie eröffnet hat. Ich glaube, sie könnte sogar noch sein Leben sein. Oh, eine falsche Idee. Also, die Roboter sprechen, sind sie auch Schaden, die du gemacht hast? Sie können, aber ich wundere. Ich erwähne viel mehr Sinn, wenn das passiert. Ah, gut, endlich. Was ist passiert? Ich versuche ein paar Daten aus dem Backup-Server. Das muss uns alles sagen, was wir brauchen. Oh. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah. I just went in for a brain scan, and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How... Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Wow. Check the computer in the other room. Okay, sorry. Okay, sorry. Ich bin ja immer überlegen, was zum Anker hier vor sich geht. Ich meine, wir hatten eine kleine Erklärung. Das bedeutet nicht, dass ich mich auskenne. Ein Teil der Erklärung, oder? Okay, das war wahrscheinlich irgendein uraltes Projekt. Das ist ein Anfangsprojekt, oder? Das ist ein Anfangsprojekt, oder? Was zum Anker? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Das ist nicht gut. Be careful! I think it's back. Keep your eyes peeled! Ich muss doch irgendwas finden! Kathy! Für mich lieber... Irgendwas Wichtiges zu finden. Ah, da bin ich wieder. Ich ging einmal im Kreis. Ich ging einmal im Kreis. Das Kreatur war... ...und... ...verbeerend. Ja, ich... ...basig explodierte mit Elektromagnetismem. Das ist schlecht für uns, oder? Es ist auf jeden Fall verwirrend. Es gibt die Szenen einen guten Knopf. Ich hab' dir gesagt. Geh' den Computer in der anderen Seite. Das ist Shuttle Station. Okay, ich hab' den PC übersehen. Moment! Moment! Ja, da ist der Psycho! Okay, ist weg. PC. Ah, hier. PC überprüfen, hm. Ja. Hab' überprüft! Ist für'n Popper! Um... Was ist mit der Tauern? Und dem Dock und dem Willkommen-Center? Welcher Tauern? Was sag' du? Dieses Ort ist in Ruins. Alle Kameras zeigen Static. Es ist... Es ist so verrückt. Okay. Okay, welcher... Wo ist der... Welchen... Welchen Computer willst du von mir? Bin ich bekloppt? Und viele Räume gibt's hier nicht. Jesus Christ. Kathrin? Was? Nichts. 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 Ach so. Du hast dir die Tür für mich geöffnet. Alles klar. Kathrin, ich steck' mal wieder einen Finger rein, okay? Und die ganze Faust. Ich weiß nicht warum, aber es ist mir ein Bedürfnis. Ich weiß nicht warum, aber es ist mir ein Bedürfnis. Hier gibt's mehr, Kathrin. Bereichskarte. Just check the computer. Ja, look for anything about the Ark. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor of that? I think it's really important we do this. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally we have something to do, am I right? Are you optimistic about the project's chances of, um, about the Ark reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem. How to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing. And hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not gonna be easy. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics. Beyond the superficial. I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. It's not complicated. Something like this. It's not complicated. It's not complicated. It's not complicated. Ich fühle mich gestärkt, eine bessere Version meiner selbst. Ich fühle mich fremd. Ich bin Gast in meinem anderen Körper. Ich fühle mich falsch. Warum ist es rot? Ich fühle mich normal. Achso, wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Ich klicke auf irgendwas. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Ich kann mich jetzt nicht ganz so reinversetzen. Wie viele Fragen gibt es hier? Wie nehmen Sie Ihre neue... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie Sie sind, am Computer zu sein. Aber ich denke, das ist die Zukunft. Den Tod akzeptieren? Ja, super Frage! Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Ich denke nicht. Okay. Tracker. Perfect. Ich habe einen Tracker gefunden, auf dem Arken. Oh, das ist clever. Ich frage mich, ob ich das gedacht habe. Es funktioniert noch nicht? Ich muss wirklich wissen, was zu ihm passiert. Ich glaube, so. Es macht etwas, zumindest. Wo ist es? Hold on. Ich versuche es zu finden. Bitte, es ist sicher. Okay. Ich versuche es zu finden. Schlechter. Schlechter. Ganz schön weit weg, du. Ich versuche es zu finden. Ich versuche es zu finden. Ich versuche es zu finden. Wenn wir da hin, können wir auf den Arken gehen? Ich versuche es zu finden. Ich versuche es zu finden, und du zeigst mir, was zu machen. Das ist wirklich riesig. Außerdem, ich mag nicht die Idee, dass du mich herumforschen. Kommt, Katharine. Das ist das, was du gemacht hast. Das ist das, was du gemacht hast. 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 Wir launchen den Arken. Wir müssen uns ein Weg finden, um den Abyss zu finden. Wir können nicht den Climber ohne eine Power-Suit. Wir müssen uns zu vertreten. Wir müssen uns zu vertreten. Wir müssen uns zu vertreten. Ich versuche es. Ich versuche es. Wenn der Weg kommt, ich gehe da. Okay, dann. Ich werde nur aus dem Arken gehen. Ich werde mich mit dir nicht vergessen. Ich werde nicht vergessen. Ich werde das Omnitool ausziehen. Warte, warte. Okay, bitte 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 mich wieder in. Du hast es. Gut, Simon. Okay, sieht doch gut aus. Dann nehmen wir sie mal mit. Boin genau. Ist jetzt hier offen? Sieht nichts aus. Zurück kann ich mir aber auch nicht. Ja gut, eigentlich müssen wir zurück zum Shuttle, oder? Ne, Shuttle ist kaputt. Not good, not good. Warte, wo war ich denn jetzt? Hier gehe ich zurück. Bin! Die und Eure sind nicht so schlecht wie eigentlich zu schicken. Wie main ist es. Ich gehe auf dich. Und wer ist das? Das wird schon mal. Ich gehe auf dich. Ich gehe auf dich. Ich gehe auf dich. J�지. Ich sauel mich. Und wer die Kambine. Nun, ich hoffe, das ist richtig, was ich hier tue. Wir müssen uns einfach nur hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah. Er ist hier. Ah, was? Was ist das? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, kann ich mich hören? Ich verstehe. Kann ich das Ding funktionieren? Hang on, ich werde es versuchen. Sorry, es ist dead. Wie ist das? Wer ist das? Der CV kam von Curie. Es war ein Schiff, der machte runs zwischen Lambda und Lisbon. Perfekt, danke schön. Okay, dann suchen wir es im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.